Moin und herzlich willkommen zu Dabmonias Testfeld. Ich habe euch heute mal eine Backbox mitgebracht. Wollt euch das einfach mal zeigen. Ich habe die jetzt selber zum ersten Mal aufgenommen. Bin sehr gespannt. Das ist jetzt die Backbox vom Mai. Diese erscheint alle zwei Monate. Kann man, je nachdem wie man es bestellen möchte, ich habe jetzt an einer Umfrage teilgenommen, habe dadurch noch einen kleinen Gutschein bekommen über 5 Euro und habe einfach nur eine Probierbox genommen. Da ich schon im Allgemeinen recht gerne backe und auch schon relativ viel Equipment habe, ich denke mal, das ist für mich zum Anschauen erstmal ganz gut. Kostenpunkt normalerweise für die Probierbox knapp 30 Euro, 29,90. Man kann ein flexibles Abo nehmen, das jederzeit kündbar ist. Das kostet dann 26,90. Für ein halbes Jahr 25,90. Und wenn man das Jahresabo nimmt, 24,90. Aber wir wollen jetzt erstmal schauen, was überhaupt drin ist. Einmal öffnen. Man bekommt, also hier sind keine frischen Zutaten drin. Hier sind Rezepte drin, Equipment, ein bisschen Zubehör. Man bekommt vorher auch nochmal eine E-Mail. Wenn man jetzt sagt, Mensch, ich bekomme die Box dann morgen und möchte auch sofort morgen loslegen und backen, dann bekommt man schon vorher, was man kaufen soll. In diesem Fall, das ist jetzt wohl die Beerenbox, hätte ich ordentlich was an Früchten kaufen sollen. Das ist auch schon ganz süß verpackt. Steht auch hier drauf, mit Liebe verpackt. Man sieht auch schon Beeren. Wir schauen mal. Es wurde auch vorher schon ein bisschen verraten, was drin ist. Unter anderem ist dort ein Gerät drin, um die Torten zu schneiden. Sieht man hier auch. Eine Tortensäge. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so auf dem kleinen Bild sieht. Da muss ich sagen, da hatte ich sie allerdings schon bestellt. Für mich ein bisschen ärgerlich. Habe ich nämlich definitiv schon zu Hause. So, aber wir gucken jetzt einfach mal, was wir hier so drin haben. Mixed Berry Jelly Cake. Joghurt-Torte mit Beeren und Wein-Gelay. So, hier haben wir dann die Rezeptkarte dafür. Auch schön mit Bildern, wie man es macht. Also, ich denke mal, das sieht gar nicht so schwierig aus. Ist dann wahrscheinlich auch für Anfänger ganz gut hinzubekommen. Auf jeden Fall auch wirklich hier mit dem Gelee sehr interessant. So was muss ich auch sagen, habe ich noch nicht gemacht. Und hier unten wohl die Zutaten. Wir schauen einfach mal ein bisschen durch, was wir also haben. Dann gibt es hier auch ein kleines Magazin. Meine Backbox. Magazin Beerenstark vom Strauch in die Backstube. Schauen wir einfach noch mal kurz rein. Kleiner Bericht über Wackelpudding. Beeren, wie man die anbindet. Also, lasst ihr keine Beeren aufbinden. Beerenkörbchen aus Blätterteig. Das heißt, wir haben auch noch mal ein Rezept. Hier haben wir das mit dem Wackelpudding zum Beispiel. Das ist dann auch wie bei diesem Kuchen, dass man das so schön als Jellycake macht. Ein bisschen Infos. Nochmal ein kleines Rezept. Ein bisschen kreatives. Ich zeige das einfach mal so ein bisschen hier in die Kamera. Was haben wir noch? Hier haben wir dann die Highlights aus der Mybox. Die gucken wir aber ja gleich in Ruhe durch. Die werde ich jetzt hier nicht einzeln so zeigen. Wie gesagt, so ein paar kleine Berichte. Kann man dann vielleicht mal nochmal durchschauen. Dann, also es sollen auch immer drei Rezepte drin sein. Das heißt, wir haben schon mal eine Torte. Mal gucken, was haben wir hier noch. Erdbeerpudding-Schnecken mit Joghurt-Erdbeer-Schugerten. Das ist dann das nächste. Ich zeige das auch einfach mal eben hier so rein. Das ist die zweite Rezeptkarte. Und Nummer drei wäre dann Beeren-Mini-Triffles. Englisches Schichtdessert. Das sieht auf jeden Fall lecker aus. Und einmal hier so hinten. So, dann schauen wir mal, was wir dann so an Zubehör dafür haben. Einmal haben wir hier eine kleine Palette. Ich ziehe die jetzt auch mal so aus. Die ist gerade ein bisschen locker. Von Senka. Braucht man auf jeden Fall schon mal für die Torte. Und hierfür. Hier ist auch nochmal angegeben, man sieht das an den kleinen Schmähbesen hier. Wie schwierig das wohl ist. Also der Schwierigkeitsgrad. Die Torte ist am schwersten. Ja, dann haben wir hier unseren Tortenschweiler. Wie gesagt, habe ich schon. Habe ich auch schon. So, und dann schauen wir mal, was wir hier an Zutaten haben. Das heißt, wir haben einmal direkt eine Backmischung von Dr. Oetker. Trendy Cakes für ein Naked Cake Joghurt. Das wollen wir einfach mal hier so zeigen. Also eine ganz einfache Backmischung, wie man sie im Laden auch kaufen kann. Dann haben wir Marmelade in der Tore. Habe ich schon mal gesehen. Ihr kauft allerdings selber noch nicht. Brombeere Minze. Klingt auf jeden Fall auch lecker. Muss mal eben kurz gucken. Bräuchte man für die Torte. Und für das Dessert. Dann müssen wir mal gucken, ob da vielleicht noch ein bisschen was übrig bleibt. Dass man es auch einfach mal auf dem Brot probieren kann. Dann haben wir von Milford Kühl und Lecker Active Wildbeere. Also die Tees von Milford Kühl und Lecker kenne ich jetzt schon. Finde ich auch total super für den Sommer. Echt klasse. Den selber aber noch nicht. Jetzt bin ich aber wirklich mal neugierig, wofür ich denn ein Tee brauche. Wirklich tatsächlich für sowohl die Puddingschnecken als auch für das Dessert. Als nächstes Schogetten Joghurt Erdbeeren haben wir mit da drin. Sahnestein Kraft der Natur sind drei Tütchen drin. Das haben wir hier. Ein Vanillepudding von Kati auch drei Tütchen hier drin. Dann haben wir noch ein Geniermittel, Bio-Geniermittel, rein pflanzlich von Leckers. Und dann noch einen lieblichen Wein von Blanché. Ich weiß gar nicht, der kommt in die Torte. Also das wäre auf jeden Fall dann eine Torte, die meine Kinder dann wohl nicht dürfen. So, das war es dann auch schon mit der Box. Also ich muss jetzt sagen, wenn man so wie ich schon relativ viel Equipment hat, weiß ich nicht, ob sich das jetzt so wirklich lohnt. Ich meine, die beiden Sachen habe ich jetzt schon. Ich meine, es ist auf jeden Fall stabil und ich denke mal von PME ist auch eine gute Marke. Allerdings habe ich auch schon so einen, da sind nochmal zwei Drähte zusätzlich mit drin. Vielleicht finde ich ja jemanden, der dann den haben möchte. So, drei Rezepte, ein kleines Magazin und ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Zutaten. Hm, also ich denke mal so gerade mit den Rezepten für den Anfänger ist bestimmt ganz nett, um das mal alles auszuprobieren und vielleicht so ins Backen reinzukommen oder auch Desserts machen. Ich glaube, ich werde mir die Box nicht nochmal holen. Also da müsste schon dann was ganz Besonderes drin sein, was ich dann auch vorher wüsste. Weil wenn ich jetzt überlege, ohne den Gutschein hätte ich jetzt 30 Euro normalerweise für diese paar Sachen bezahlt. Ich meine, dass die frischen Sachen nicht mit drin sind, das ist ganz klar. Und es sind aber natürlich auch nicht so Sachen wie Mehl, Zucker und so weiter. Das heißt, das hat man auch alles zu Hause, muss man alles von sich nehmen. Ja, und 30 Euro für so ein paar Zutaten. Weiß nicht. Vielleicht habe ich jetzt auch mit der Box einfach nur ein bisschen Pech, dass die anderen Boxen mehr gefüllt sind, bessere Sachen drin sind. Und ich werde sie mir auf jeden Fall nicht nochmal holen. Ich werde aber auf jeden Fall die Rezepte ausprobieren, ganz klar. Das werde ich auf jeden Fall machen. Und ich denke mal, da werdet ihr auch auf Instagram, wenn ihr mögt, bestimmt mal noch vielleicht die Torte dann sehen. Mal gucken, ob sie mir dann auch wirklich so gut gelingt, dass dann hier die Früchte nicht rausfallen. Wir schauen mal. Ja, damit sind wir dann jetzt auch am Ende. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich freue mich natürlich über jeden Daumen nach oben. und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!